Hallo zusammen, hier ist wieder der Heuchiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for S.W. unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, das wir bei einer Ruffaktion bekommen. Und zwar seht ihr schon, ich bin im Sturmsangental. Und da haben wir die Ruffaktion Sturmwacht und die müsst ihr auf einen respektvollen Ruf bringen. Ich bin jetzt mittlerweile schon ehrfürchtig, aber ich dachte mir, komm, wir machen jetzt, wo ich die Mountguides aufnehme, auch nochmal die Toy-Geschichten. Und zwar haben wir hier ein Toy, wo wir dementsprechend einsetzen können, um die verstorbenen Seelen zu rufen. Und das Ding heißt Totenglocke und ich würde sagen, wir kaufen die uns einmal. Ich zeige euch nochmal kurz, wo der Händler ist. Und zwar ist der hier im Sturmsangental in Brennendamm und das ist bei den Koordinaten 59, 69. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was das gute Ding kann, ob man da wirklich Verstorbene rufen kann. Jetzt muss ich hier bloß Gesammelte reinmachen und dann Totenglocke. Und ich würde sagen, wir setzen sie mal ein und schauen, was passiert. Oh, da droppt eine Orb. Oh. Sieht aus wie ein weiblicher Käpt'n oder eine Admiralin. Schick, 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 schick. Und jetzt fliegt sie weg. Ja gut. Ja, salutiert nochmal und haut dann ab. Eine nette Geschichte. Hat 30 Sekunden Abklingzeit. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer unterschiedlich ist und ob immer der gleiche Geist kommt. Ich würde sagen, wir benutzen es jetzt nur einmal und schauen, ob wir jetzt was anderes kriegen als Ergebnis. Oh, da kommt wieder die Orb. Und? 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 Ja, das ist eine andere. Aber das sieht jetzt so ein bisschen mehr nach Glutorden aus, ne? Also man hat anscheinend unterschiedliche Geister, die hier kommen, anscheinend von irgendwelchen Verstorbenen. Ist ein nettes Gimmick. Einen richtigen Nutzen hat man natürlich nicht, aber das ist ja bei den meisten Toys so. Es ist auf jeden Fall wieder eins mehr. Und jetzt wisst ihr, wo ihr das gute Stück herbekommt. Und ja, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Eutela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.